Herzlich willkommen bei astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Das Omegon 114-900-EQ1 ist ein Newton-Spiegel-Teleskop und bestens geeignet für Kinder ab acht Jahren und auch für Erwachsene. Gegenüber einem Linsen-Teleskop zum gleichen Preis erhalten Sie das wesentlich leistungsfähigere Teleskop mit der größeren Öffnung. Sie können damit schon hervorragend Mond und auch die Planeten Jupiter und Saturn anschauen. Mit dem Omegon 114-900 erhalten Sie ein komplett ausgestattetes Teleskop. Das bedeutet, das Stativ ist dabei, die Montierung ist dabei und auch der optische Tubus. Dazu bekommen Sie ein gut ausgestattetes Zubehörset und einmal aufgebaut können Sie sofort losstarten und den Sternenhimmel erkunden. Eine der wichtigsten Eigenschaften bei einem Teleskop ist die Objektivöffnung. Je größer diese ist, desto mehr Licht sammelt die Optik. Der 114-mm-Spiegel fängt dabei gute 265-mal mehr Licht als das bloße Auge ein. Das Fernrohr ist sehr gut für die Beobachtung von Mond und Planeten geeignet und bietet Ihnen damit faszinierende Einblicke in unser Sonnensystem. Erforschen Sie auch weiter entfernte Nebelobjekte und erste Galaxien. Erkunden Sie die Kraterlandschaft unseres Mondes. Auch die wahre Natur der Planeten zeigt sich direkt vor Ihren Augen. Erscheint der Planet Saturn mit dem bloßen Auge noch wie ein Stern, sehen Sie mit diesem Teleskop eine richtige Planetenscheibe mit einem imposanten Ring. Doch nicht nur das. Blicken Sie weiter hinaus in den Weltraum. Entdecken Sie erste Deep-Sky-Objekte wie den Orionnebel oder die berühmte Andromeda-Galaxie. Der 1,25 Zoll Okularauszug ist das Verbindungsstück zu Ihrem Auge. Hier setzen Sie Okulare mit verschiedenen Brennweiten für eine bestimmte Vergrößerung ein. Mit dem Fokusrad stellen Sie die optimale Schärfe ein, während Sie durch das Okular blicken. So können Sie die Beobachtung genießen. Zudem ist bereits alles weitere für den Start im Lieferumfang enthalten. Sie bekommen zwei Okulare in den Brennweiten 10 mm und 25 mm. Eine Zweifach-Balo-Linse verdoppelt die Brennweite. Ein aufgesetztes 6x30 Sucherfernrohr dient Ihnen als Einstellhilfe für die Objekte. Mit dem integrierten Fadenkreuz zentrieren Sie das Ziel exakt im Teleskop. Durch die Drehung der Erde ist der Sternenhimmel scheinbar in ständiger Bewegung. Um diese Bewegung auszugleichen, verfügt das Teleskop über eine parallaktische EQ1-Montierung. Vorhandene Drehknöpfe dienen als Feinbewegung. Ein kurzes, leichtes Drehen der Knöpfe sorgt dafür, dass der Planet oder Nebel im Okular zentriert bleibt. Die Verfolgung des Objekts wird damit zum Kinderspiel. Optional lässt sich das Instrument mit einem automatischen Nachführmotor aufrüsten. Eine Gegengewichtsstange und ein passendes Gegengewicht sorgen dabei immer für ein exakt ausbalanciertes Teleskop. Die im Stativ angebrachte Auflagefläche können Sie zum Ablegen von okularen Filtern oder anderem Zubehör nutzen. Das Omegon 114-900-Eco1-Teleskop besteht nur aus wenigen Teilen. Für den Preis erhalten Sie bereits einen stattlichen Durchmesser. Außerdem ist umfangreiches Zubehör enthalten und es ist das richtige Instrument für den Einstieg in die Astronomie. Das Omegon 114-900 ist kompakt und leicht. Daher ist es auch bestens für Kinder geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017